Heute am 5. Dezember sind wir jetzt soweit, dass der Hund wieder zum Schluss auf der Tonne sitzt. Jetzt möchten wir ihm ein Kommando geben, dass er runter gehen soll. Das ist das Kommando ab. Jetzt noch schnell den Abo-Knopf und die Glocke drücken und dann kann es losgehen. Wir beginnen also nochmal am fünften Tag mit der Wiederholung. Wir sagen auf. Hopp. Super. Und ziehen. Super. Zurück. Super. Und ab. Ab. Super. Dazu mache ich eine Handbewegung. Ich gehe etwas weiter entfernt vom Hund und dann ab. Prima. Super.